Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich dir den Begriff SEO-Consultant kurz erklären. Bevor es losgeht, gebt mir ein Like und abonniert diesen Kanal, um jeden Tag ein bisschen schlauer zum Thema Online-Marketing zu werden. Also, was ist ein SEO-Consultant? Um es kurz zu erläutern, ein SEO-Consultant ist ein speziell ausgebildeter Mitarbeiter einer SEO-Agentur, der potenzielle Kunden über die Chancen und Risiken einer Suchmaschinenoptimierung aufklärt. Wie wird man SEO-Consultant? Meist rekrutieren sich SEO-Consultants aus dem Pool von BWL-Absolventen der Hoch- und Fachhochschulen und unterstützen das Marketing von Unternehmen. In den Anfangszeiten jedoch war es auch möglich als Quereinsteiger einen Job als SEO-Berater zu bekommen. Voraussetzung ist jedoch immer eine sehr starke Online-Affinität und grundlegende Kenntnisse in Web-Technologien, wie zum Beispiel HTML, CSS und JavaScript. Jetzt weißt du, was ein SEO-Consultant ist. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, hinterlasse unten einen Kommentar mit deiner Frage. Du hast noch nicht jeden Begriff verstanden, den ich hier verwendet habe? Kein Problem, abonniere einfach diesen Kanal oder schaue in die Playlist nach, ob ich den unbekannten Begriff schon erklärt habe. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit!